Bibelabesser 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 Es tut mir sehr leid, also was passiert ist Ich bin aus Versehen bei den Junggesellenabschied gestolpert und in den Mund von den Mädchen gelandet und sie hat etwas gesagt und sie hat die Zunge so und dann bin ich da gelandet Also ich hab dich mit ihr rumgemacht und ich schmür, ich schmür Verzeih mir bitte Dein, Deines Du gleich, du Polen, Ciaris Ja Du kommst ja trotzdem her so Ich bin nur jung, als ich hier Ja, das weiß ich so, kann auch sein so Danke Ja, so Hafe ist bestimmt Ja, ist nicht leicht Nimmst du immer noch Hör auf zu nehmen Ja so, ne Aber ich bin nur noch